Ja, wir befinden uns im Sendebad Hövloff. Herzlich willkommen André Wiersig, der Extremschwimmer, Ocean Seven Schaffer. Seid ihr willkommen bei uns im Sendebad. Leider ein Sendebad ohne Wasser. Ein nicht so schönes Bild für dich. Wie würdest du es beurteilen, in so ein Becken reinzugucken? Ja, das sieht ja ein bisschen traurig aus. Aber wir haben ja eine schöne Perspektive vor Augen, deswegen sind wir ja auch hier und danke für das Gespräch hier. Ocean Seven, was heißt das eigentlich? Ich habe gelesen, 18 Stunden teilweise im Wasser, in der Weih von einem Ende zum anderen. Was bedeutet das, Ocean Seven? Ja, das sind so wie bei einem Extrembergsteigen bei Reinhold Messner, die sieben am höchsten oder die höchsten Berge der Welt. Genauso gibt es die Herausforderung im Open-Water-Swimming. Also das hat in dem Fall nichts mit Hallenbad zu tun oder mit Freibad. Da schwimmt man im offenen Meer und das ist so mein Metier. Und da bin ich der erste Deutsche, der das geschafft hat. 16, 16. Mittlerweile haben es glaube ich 21 geschafft, aber es ist ein sehr kleiner Kreis, weil es auch wirklich eine besondere Herausforderung ist, im offenen Meer bei teilweise wirklich extremen Bedingungen zu stehen. Wie kommt man auf so eine Idee sowas zu machen? Man muss ja ein bisschen verrückt sein, oder? Ja, man muss schon diese Liebe zum Meer haben und sich da auch drin gefallen, sich darauf einlassen, auch auf die Gefahren. Ja, die Strömung, natürlich auch die Tiere. Man schwimmt ja auch teilweise nachts zwischen zwei Hawaii-Inseln, wie du gerade so richtig sagtest. Da sind natürlich nicht nur ein paar Quallen unterwegs, sondern auch Haie und andere wirklich gefährliche Tiere, mit denen man halt einfach dann zusammen ist als Mensch. Und Angst spielt gar keine Rolle dabei? Doch, natürlich. Also es wäre ja irgendwie vermessen zu sagen, ich bin immer als Gast im Meer und versuche mich, die Begebenheiten dort anzupassen, weiß aber, dass ich nicht dorthin gehöre. Ja, die Tiere aber sehr wohl. Und leider erlebe ich ja, deswegen bin ich auch in dieser Rolle des Ozeanbotschafters geschlüpft. Das ist auch so eine Herzensangelegenheit mittlerweile geworden, weil ich natürlich auch auf viele Dinge dort treffe im offenen Meer, ja, die wir Menschen dort hinterlassen haben. Plastikmüll ist ja das eine, aber ich werde auch von Quallen zerstochen, weil die ganze Überfischung, von der wir immer lesen, die erfahre ich dann am eigenen Leibe, weil die natürlichen Frassfeinde von Quallen beispielsweise durch uns Menschen mittlerweile fast ausgerottet wurden. Was können wir tun dagegen? Ist es auch eine deiner Rolle, vielleicht die jungen Menschen aufzuklären über das, was da passiert, was da gerade im Meer vorgeht? Ja, ich sehe meine Rolle speziell daran, einfach gerade jungen Menschen immer noch zu sagen, wie schön es immer noch ist dort draußen und wie erhaltenswert es ist. Und das ist natürlich toll, dass man aus dieser Perspektive des Menschen berichten kann, der in Badehose, ohne sonstige Hilfsmittel dort unterwegs ist, als Gast im offenen Ozean, da wo man als normaler Strandurlauber halt nicht hingeht und einfach den Menschen berichten kann, wie es dort ist. Und dann liegt es an jedem von uns, sein Verhalten, wenn man das dann möchte und ich kann euch nur allen mitgeben, das lohnt sich auf jeden Fall an seinem eigenen Verhalten vielleicht das eine oder andere zu ändern, nachhaltig zu ändern, um diese tolle Welt, in der wir leben dürfen, zu erhalten. Und wenn da mal so ein großer High auf dich zukommt, wie hast du dich dann verhalten? Ja, das hatte ich auch tatsächlich schon mehrfach solche Begegnungen und dann ist wirklich Ruhe geboten. Also so ein High den Rücken zuzudrehen und einfach weiterzumachen und den zu ignorieren, ist dann wirklich eine schlechte Idee. Man muss mit diesen Situationen, die man natürlich hier zu Hause, weil ich lebe ja auch hier bei uns, hier in Paderborn, sowas kann man natürlich nicht trainieren. Aber man muss mental extrem stark aufgestellt sein für solche Begegnungen. Und man ist immer fokussiert auf das Ziel anzukommen und wenn man plötzlich merkt, irgendwie ist die Strömung plötzlich gegen mich gerichtet und ich schaffe es doch nicht. Wie denkt man dann in so einer Situation? Ja, man muss wirklich im Moment bleiben und sich nicht irgendwo anders hindenken, sich nicht wegdenken, sondern die Erwartungen, die man selber hat, an so einem Tag ablegen und einfach im Moment sein. Und das ist immer leichter gesagt als getan, aber eine Aufgabe, auch dieser mentale Faktor bei diesen Durchquerungen im offenen Meer spielt eine deutlich höhere Rolle oder hat ein deutlich höheres Gewicht als beispielsweise die reine Physis, die man natürlich auch braucht, weil man ist ja, wie du sagtest, ja auch mal 18 Stunden am Stück unterwegs ohne Pause. Was war das Schwierigste von den Sieben? Ja, das kann man gar nicht, das werde ich oft gefragt, aber man kann das im Nachhinein gar nicht sagen, weil jeder dieser sieben, der Ärmelkanal gehört dazu, Hawaii gehört dazu, Japan, Neuseeland, wo das Wasser auch eiskalt ist. Also jeder dieser Strecke hat ganz individuelle, ja, höchste Herausforderungen und alles hat seine Schwierigkeit dort. Eiskaltes Wasser, wie bereitet man sich darauf vor, dass man tatsächlich über Stunden im eiskalten Wasser sich bewegt? Ja, das kann man wirklich optimal hier bei uns zu Hause trainieren, indem man einfach, ja, jeden Morgen die Dusche einfach nicht warm stellt, sondern kalt, indem man halt mal hier ins Karten, kalte Wasser steigt, auch im Winter und sich einfach abhärtet. Also das hat mich getan und tolle Erfahrung. Also ich kann es nur jedem nahelegen, aber das Wasser bleibt immer kalt. Also man gewöhnt sich nie da rein. Und Quallen, hat man da nicht auch irgendwie eine Vorbereitung zu treffen? Wenn Sie einen beißen, dann lähmt es ja teilweise sogar den Arm, die Beine. Ja, aber auch da muss man halt mental dann stark sein und sage ich sagen, okay, ich habe jetzt gerade Schmerzen zusätzlich nochmal durch diesen Quallenstich. Und ja, was will ich jetzt machen? Aufgeben, weil ich habe natürlich die Option, ich schwimme nicht ganz allein, ich habe auch immer ein Begleitboot dabei. Also ich könnte natürlich auch aufgeben, aber in dem Fall habe ich die Schmerzen der Quallenstiche ja trotzdem. Also schwimme ich dann weiter. Unglaubliche Willensstärke. Und die Vorbereitung jetzt hinsichtlich Schwimmen, wo machst du die? Denn wir haben ja hier kein Meer in der Nähe. Irgendwo muss man sich doch auch schwimmerisch vorbereiten. Ja, richtig. Und das tue ich hier bei uns in der Heimat in Paderborn, im Roland's Bad, im Mostbarnbad, halt im Hallenbad, im Freibad. Natürlich gehe ich hin und wieder auch mal in einen von unseren Seen, aber die zentrale Vorbereitung findet auf unseren Wasserflächen statt, hier in Paderborn. Und da sind wir bei unserer Wasserfläche, die jetzt leider nicht mehr da ist. Das zeigt ja, wie wertvoll ein solches Hallenbad, ein solches Schwimmbad in einer Kommune ist. Wir haben jetzt seit 50 Jahren ein solches Hallenbad gehabt. Viele Sportvereine sind hier tätig. Viele Kinder haben hier schwimmen gelernt, haben hier Schulunterricht. Und jetzt in den nächsten drei bis vier Jahren kann das leider nicht stattfinden, weil dieses Hallenbad ist marode. Und wir müssen jetzt dringend darauf hinarbeiten, dass wir wieder Schwimmen in unsere Gemeinde bekommen. Was kannst du unseren Bürgern und Bürgerinnen dazu mitgeben bei diesem Ratsbürger in Stadt, wo sie ja dann auch ankreizen sollen, ob sie bereit sind, 13 Millionen Euro für ein solches Schwimmbad in die Hand zu nehmen? Ja, gut. Also ich plädiere immer dafür und appelliere wirklich an die Leute, dass das Schwimmen, dass Kinder sicheres Schwimmen erlernen, ist absolut essentiell für unsere Gesellschaft. Ja, weil wenn ein Kind nicht richtig Trompete spielen kann oder vielleicht im Tanzen oder was auch immer nicht so gut ist, dann ist das nicht lebensgefährlich. Aber wir alle können in diese Situation kommen, dass es lebensentscheidend ist, ob ich mich jetzt gerade über Wasser halten kann oder nicht. Und das lerne ich nicht in irgendwelchen Spaßbädern, das lerne ich auch nicht. Ich kenne diese Verantwortung als Elternteil und ich habe ja selber drei Kinder. Ich kann das nicht einfach abgeben an Schulen, Kitas oder Kindergärten oder wen auch immer. Ich als Elternteil stehe in der Verantwortung, bin natürlich angewiesen auf das Netzwerk, was wir hier haben. Und da ist es einfach überhaupt keine Frage für mich. Wir brauchen Wasserflächen, um Kindern, in erster Linie Kindern zu ermöglichen. Aber natürlich gilt es auch für Erwachsene, sicher schwimmen zu lernen. Dazu kommt ja noch, dass wir alle, ja, das ist auch ein Fitnessaspekt und wir hier, Paderborn, Umgebung, Hövelo, wir sind ja echt eine sportliche Gemeinde hier. Und das ist einfach auch ein Riesenfaktor. Wir wollen alle fit sein, wir haben jetzt gerade erlebt, was passiert, was alles passieren kann. Ja, aber Fitness, wirklich Gesundheit ist einfach das höchste Gut. Und so etwas, so ein Bad trägt einfach erheblich dazu bei. Was macht denn Schwimmen besonders aus gegenüber anderen Sportarten? Wo liegen die besonderen Attraktivitätsmerkmale für Schwimmen? Ja, einmal natürlich, dass ich in einem komplett anderen Element bin, ja. Das ist natürlich die Herausforderung, weil ich kann nicht immer atmen, wenn ich das so möchte, anders als beim Joggen, beim Fahrradfahren. Aber es ist natürlich auch dieses schöne Gefühl, dass ich diesen Auftrieb habe vom Wasser, ja, dass ich mich treiben lassen kann. Und dass ich einfach mal den anderen Bewegungsablauf habe. Und natürlich kräfte ich das neben das Herzrhythmus-System natürlich auch, ja, die gesamtheitliche Muskulatur. Und natürlich auch unser Gehirn, weil es ist ja hochkoordinativ zu schwimmen. Ja, wir haben auch gutes Sportschwimmen in Höhloff, wir haben den DLRG, wir haben auch den Höhlofer Schwimmverein, viele, viele Veranstaltungen haben hier stattgefunden. Ich habe mir sagen lassen, auch du warst schon mal hier als Jugendlicher. Ja, das ist ja auch meine alte Wirkungsstätte. Ganz früher mit dem Poseidonschuss Neuhaus und später bin ich dann beim PSV geschwommen in Paderborn. Und da haben wir die ein oder andere Wettkämpfe hier ausgetragen. Deswegen habe ich hier schöne Erinnerungen an diese Städte. Wahrscheinlich warst du immer der Erste, der angeschlagen hat oder doch? Nee, nee, nee. Es gab immer Leute, die auf jeden Fall schneller waren als ich. Ich habe in meinem Leben öfter verloren als gewonnen. Von denen, die gewonnen haben, hat wahrscheinlich aber noch keiner das erreicht, was du erreicht hast. Ja, das macht sein, aber das war ja eine Entwicklung, eine lange, lange Entwicklung, aber das waren tolle Stunden. Ja, auch Entbehrungen. Wir haben natürlich wirklich, wenn andere dann irgendwo feiern gegangen sind, haben wir trainiert. Aber ich habe das nie bereut. Bis heute nicht. Ich kann jeden nur ermutigen, seinen Weg zu finden und einfach seiner Passion zu folgen. Und wenn du jetzt trainierst da im Rolandsbad oder im Massmannbad, die ganzen, habe ich mir sagen lassen, teilweise nachts schwimmst du dort, damit du auch die freien Bahnen da hast. Du schwimmst ja dann noch mehrere Stunden, oder? Ja, hin und wieder darf ich das mal. Das ist wirklich eine Ausnahme. Ich will das auch nicht überreizen. In diesem Sommer tatsächlich habe ich das so gut wie nie machen müssen, weil leider der Sommer ja so schlecht war, dass es immer Möglichkeiten gab, dann tagsüber auch die entsprechenden Bedingungen vorzufinden. Aber Bedingungen heißt einfach, dass wir funktionierende Wasserflächen, Schwimmbäder, Hallenbäder hier bei uns in der Region haben. Und da bin ich natürlich total dankbar dafür. Und erhoffe mir, dass ihr wirklich das grünes Licht bekommt und dass das hier ermöglicht wird. Wir wollen jetzt zwei Becken bauen. Einmal das normale Becken, fünf Bahnen statt hier vier Bahnen, um noch mehr Schwimmmöglichkeiten zu bieten. Und zusätzlich ein Leerschwimmbecken, wo dann nebenbei Kurse auch stattfinden können, sodass die Schwimmer demnächst noch mehr Möglichkeiten haben, hier sich sportlich zu betätigen. Fünf Bahnen scheint auch aus deiner Sicht das richtige Mittel zu sein. Ja, absolut. Und auch da kann man wieder nur an die Leute appellieren, die dann hierher kommen und das dann nutzen für sich. Ja, ich kann nicht bei diesen echt auch günstigen Eintrittspreisen im Verhältnis, ich habe ja dadurch, dass ich ziemlich viel rumkomme, also beispielsweise in Hamburg bezahlt man acht, neun Euro Eintritt für zwei Stunden Nutzung eines Hallenbades. Ja, also ich kann da nicht herkommen und drei Euro 50 oder was auch immer bezahlen und dann den Anspruch haben, dass ich eine ganze Bahn für mich habe. Ja, auch da, ich bin ein Badegast wie jeder andere, da müssen wir zusammenrücken und irgendwie vernünftig sein. Aber ich finde diese Kombination aus Leerschwimmbecken und Schwimmbecken einfach absolut passend. Wir haben es ja an vielen Orten hier in Paderborn auch in dieser Kombination. Das ermöglicht ja, wir haben jetzt viel über Kinder gesprochen, aber auch für Senioren beispielsweise, das ist eine tolle Möglichkeit. Wassergymnastik und andere Kursen werden ja dort angeboten und das ist einfach absolut wichtig und ich würde mir das wirklich von Herzen wünschen, dass das hier möglich gemacht wird. Kommen wir nochmal zum Schluss kurz auf dich zurück. Du hast ein weiteres großes Projekt gerade vor dir, vielleicht kannst du uns da auch nochmal ein paar Einblicke zu geben, was jetzt an und über ansteht. Eine unglaubliche Geschichte, wie ich finde. Ja, ich hatte immer seit mehreren oder seit vielen Jahren im Kopf mal diese Frage zu beantworten, ob es möglich ist, als Mensch vom Festland aus nach Helgoland zu schwimmen. Helgoland, so die einzigste, ja wirkliche Offshore-Hochseeinsel, die wir hier halt haben, rund so zwischen ungefähr 48, 50 Kilometer vom Festland entfernt und das wollen wir jetzt mal beantworten und diesen Versuch wagen. Ich habe dazu ein ganz tolles Team zusammengestellt, weil es ja wirklich Pionierarbeit ist, das hat noch kein Mensch geschafft. Haben schon einige Leute versucht, auch Marinekampfschwimmer mit langen Flossen. Ich schwimme natürlich dann wieder nur in Badehose und natürlich ohne Flossen und ohne Hilfsmittel. Und ja, bin ganz gut vorbereitet, gutes Team, Wetter muss passen und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Wann ist es soweit? Jetzt kurzfristig, also Ende August wird es starten. Dann können wir jetzt schon beide Daumen drücken für dich, für dein Projekt. Danke. Wir werden es sicherlich live verfolgen über die Medien und natürlich wünschen wir viel Erfolg in diesem Projekt Hallenbad Neubau. Wir wünschen uns, dass am 26.09. alle Höflofer Wähler und Wählerinnen das Kreuz an der richtigen Stelle machen beim Jahr, damit wir unmittelbar dann im Oktober starten können mit der endgültigen Planungsphase und spätestens in drei bis vier Jahren dann wieder hier von diesem Startblock aus in das Wasser hineinspringen dürfen. Herzlichen Dank, André Wiesing, hat einfach Spaß gemacht. Danke, Herr. Danke, Herr.